Jo, halt zurück zu Banishers. Also wir können hier jetzt zwei Wege einschlagen. Einmal da lang und einmal da lang. So, wo wollen wir lang? Ich weiß nicht. Wir können ja eigentlich mal ein bisschen rumgucken. Mal gucken, was am besten ist. Also eigentlich geht es ja hier, soweit ich denke mal, da gehen wir fast zurück. Genau. Hm. Und hier geht es auf die andere Seite. Also ich würde wirklich nochmal hier, wo wir jetzt gerade lang gehen, lang gehen. Machen wir auch. Wahrscheinlich bereuen wir das gleich, aber mal gucken. Ein bisschen langsamer. Eines Tages würde ich die Highlands gern wiedersehen. Die Berge hier sind nicht zu verachten, aber gegen den Ben Nevis sind sie nichts. Im Vergleich zum Pico-Turkino ist das ja ein Hügel. Mein Berg ist größer als deine. Ah, aber meine Insel ist größer als deine. Sagen wir unentschieden. Waren wir hier schon irgendwie, oder? Ich glaube es im Moment nicht. Eigentlich nicht, ne? Aber irgendwie ist die ganze Karte aufgedeckt. Hm. Okay, komm. Wir gucken erst mal weiter. Ah, doch. Moment. Hm? Eigentlich können wir hier noch nicht gewesen sein, weil wir... ...würdest du für mich das Sehen übernehmen? ...solange ich hier blind herumtappe. Weil wir ja eigentlich... ...darunter müssen, weil wir eigentlich ja hierher gebeamt sind. Hm. Hast du das gespürt? Es ist nah. Besser du übernimmst die Führung. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Patsching. Na, wäre klar. Eins, schrecklich nicht. Hast du das? So, mal hingucken, wo wir hier wirklich sind. Oha. Okay, hier kleine Höhle, eine kleine Unterbringung. Kommen wir durch. Hmm. Ich gehe einfach mal gleich runter, ne? Ich hoffe, dass wir hier eine Sackgasse haben, weil ich will jetzt nicht... Oben ist noch zu viel zu sehen. Mit kleinen Schuhe. Oha, Mann. Oha. So, ok, gehen wir nochmal rum. Folge meiner Stimme. Wunderbar! Viel Spaß! Augen auf! Augen auf! Oh, ok. Oh, ok. Darf ich auch mitmachen? Also, wenn die Stimme rauskommt, würde ich nicht schnauze. Jawoll! So,��? Oh, was ich auch mitmachen? So! Ich groß bin. Steht da oben noch einer, oder was? Oh, ja. Oh. Das war's für dich. Okay. 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 Ganz runter waren wir aber nicht, ne? Machen wir so ein Stückchen runter. Ganz oben am Ufer waren wir nicht. Also da hinten geht es nicht, da auch nicht, oder? Hier geht es ja nicht runter, wenn wir mal gucken. Nee. Muss ja dann doch hier sein, oder? Dass man da noch weiter runter kommt. Anders geht es ja nicht. Komm schon. Was wir sehen, nur wieder auf die Kiste gestarrt und hier geht es dann irgendwie doch runter. Nö. Wie soll man denn da hinkommen? Will man da hinkommen? Wahrscheinlich nicht. Also hauen wir ab. Na, ja. Huh? Oh, alles gut. Okay, von wo kann man? Von da drüben rüberspringen oder von da oben? Von da oben, ne? Von da drüber oder von da drüber? Eher von da drüben, oder? Versuch, auf die andere Seite zu kommen. Bin schon dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe keinen Weg. Okay. Doch, doch. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie was hier wegballern, oder? Dass es runterfällt oder irgendwie so? Oder? Ich glaube, ein Weg auf die andere Seite ist in der Nähe. Ja, glaube ich auch. Aber ich sehe ihn auch. Ja. 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 Das da irgendwie wegballern geht wohl nicht, deswegen gucken wir nochmal hier rauf und kommt er ja dann doch irgendwo weiter. Ja Junge. Hm, ich siehs nicht. Eigentlich hat sie eben was gesehen. Und dann auf einmal nicht mehr. Hier könnte es gehen. Ja dachte ich auch, aber hier ist es nicht. Jetzt muss man irgendwo anders stehen oder noch ein bisschen höher. Weil eben haben wir es ja gesehen. Eben ging das so. Komitsch. Müsste eigentlich noch ein bisschen höher, ne? Und was sieht sie hier? Wie werden sie zeigen? Hm. Also ich habe irgendwie einen Knoten im Hirn, wo ist es denn? Ist klar, dass wir hier rüber wollen, aber der springt ja nicht, oder? Okay, ich probiere nochmal was springt, aber ich glaube ja nicht. Und was sehen die halt natürlich diese Möglichkeit des Sprungs, oder? Ja. 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 Hm. Okay, vielleicht müssen wir doch den anderen Weg nehmen. Ich weiß es nicht. Ja, aber eigentlich müsste man da ja weiterkommen, ne? Oh. So, jetzt gibt es die zwei Wiege, sagen sie ja, ne? Okay, gehen wir nach Agen. Wenn es ihn so sein muss. Let's go. Okay. Okay, immer wenn wir es abschießen, kommt Wolle raus. Das ist auch gut zu wissen, weil Wolle brauchen wir noch ordentlich. Der Albtraum kann so viele Formen annehmen. Schnee, zerstörte Brücken, all das und noch mehr. Ich weiß. Man fragt sich stets, war das jetzt die Natur oder doch der Geist? Ja. Okay, geht nicht. Okay, wo hängt hier was? Ah, da unter. So, jetzt geht es da und da lang. Schauen wir mal. Das sind dann wohl die Harrows. Was für ein einfallsreicher Name. Klingt doch hübsch. Lass mal gucken, wie hier. Es summt und brummt schon wieder irgendwo. Wo ist es denn? Also, ich gehe nochmal weiter hier runter. Vielleicht auch ein Rückweg. Okay, darüber 1000 Höhlen. Ja, hinfort. Schau mal, er ist in mir. Freut mich hier. Hm, hier kommt er jetzt her. Hm? Ja. Ah! Ja! Ja! Da." Ja! Was ist es? Ja! 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 So, Höhle oder hier lang? Erstmal hier lang, oder? Dahinten das Ding wegballern. Treffe ich. Mhm. Ja. Da drüben, ein Dock. Eine unterirdische Anlegestelle. Interessant. Hm. Ich ahne fürchterlich. Mal gucken. Okay, ein crazy Fahrstuhl oder sowas. Ich... Kinder erleicht. Wenn wir nur Kinder wären. Tsching. Heilkrautmixtur. Hm-hm. Zeig mal. Sud. Was denn? 110. Warte mal kurz. Äh... Wiederherstellung. Gesundheit. 85, 110. Geisterholung. 55, 40. Ich meine, wir haben es ja noch nicht gepimpt, ne? Können wir das? Dann würde es werden... Dann würde es werden... Äh... Töp, töp. Oh, 100. Hm. Nicht schlecht. Okay. Lohnt sich. Mal gucken. Müssen wir ein Feuerchen finden. Wollen wir jetzt nicht... Das da oben müssen wir noch treffen. Komm schon. Wackeln ein bisschen rüber. Ah, was war das denn? Naja. Ne, warte mal. Ich wollte eigentlich das hier noch mitnehmen, oder? Ja. Gesellschaft der 100 Teilhaber. Wann? Ich glaube, das war eine Handelsgesellschaft aus Neufrankreich. Vor unserer Zeit. Dann ist die Höhle wohl schon eine ganze Weile lang verlassen. Na. War vermutlich ein französisches Schmugglerversteck. Gut was da gelassen, Freunde. Sehr nice. Kommen wir da oben noch rauf, hier? Sachen kaputt machen geht nicht, ne? Schade. Jetzt haben wir da irgends so einen Fahrstuhl, ne? So sieht das ja aus. Mal ausprobieren. Gucken, wer da mit runterkommt. Oder fahren wir rauf? Ich weiß nicht, kommt was runter oder rauf? Okay. Kommt was runter, ne? Ja, okay. Ach, Mädels. Okay. Oh, und auch mehr von den Dudes. Okay. Ding ist runter, oder? Ja. Können wir rauf fahren, wenn wir wollen. Ich weiß nicht. Sind hier nur durchgelaufen. Ja, ja, genau. Also. Dann let's go. Musst du selber kurbeln zum Hochfahren. Das geht mit Gegengewicht, ne? Hm. Keine Fahrstuhlmusik. Oh, schon, ne? Komm. Komm. Oh, 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 oh. Siridines Insel ist ein beschaulicher Ort, aber von hier aus wurde man das niemals erahnen. Das sollte auch so bleiben. Ist besser für alle. So, wir sind irgendwie durch die Mine oder dies, das und wir jetzt durch. Oder Höhle. Und jetzt könnte ja mal irgendwie vielleicht auch die andere Seite kommen. Das wäre ja nice, dass wir nachher wieder zurückspringen können. Oh, Egon entdeckt. Okay, schon da. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Dorf oder sowas. Ist das nur hier diese Stelle? Nee, bitte nicht. Okay. Ja, es geht hier rein. Let's go. Sieht alles nach Arena aus, ne? Ist nicht so nett. Wer wartet jetzt hier auf uns? Keiner? Ja, süß der. Rollchef. Und das, und das. Und das. Die Dinger explodieren ja irgendwann, ne? Oder kann man die auch... Oh, wer kommt da denn? Noch mehr Spaß. Die Leiche kieft gleich. So, Doggy haben wir schon mal los. Okay. So, Doggy haben wir schon mal los. Ich hab hier was für dich. Der Albtraum ist hier spürbar. Ja? Wir sollten vorsichtig sein. Wir können jede Brücke überqueren. Ja, okay. Was hat das mit dem Albtraum zu tun? Wir können jede Brücke überqueren. Ach, du Scheiße. Wir sind die Größten. So, brauchen wir es da. Wolle? Neue Leinen. Große Fläche mag ich gar nicht. Es gibt immer Ärger. Also. Hank. Oh. Da oben würden wir gerne rauf wollen. Verstehe ich natürlich. Hier sollen wir schon wieder falten. Na gut. Okay. Oh, haben wir nicht. Hm. Haben wir unser ganzes Zeug verballert. Was fehlt uns? Äh, Krauses Moos. Äh, Krauses Moos. Okay, Krauses Moos. Krauses Moos. Hallo, wir brauchen Krauses Moos. Also hier haben wir es jetzt nicht. Haben wir es alles vertüddelt. Oder wir haben es alle noch nicht. Müssen wir noch weitergehen. Tut mir leid. Brauchen Krauses Moos. Krauses Moos. Nein. Marmerin schon wieder vor, ne? Die Landschaft hier ist hübscher. Es gibt Felder und Weiden. Und das Wetter ist besser. Spürst du die warme Luft? Ich spüre sie nicht wirklich. Aber ich weiß, dass sie da ist. Mit etwas Anstrengung kann ich die Schönheit der Welt noch sehen. Es wäre schön zu denken, dass die wärmere Luft hier die Leute freundlicher macht. Aber da werde ich sicher enttäuscht. Vertrau deinen Instinkten, mein junger Lehrling. Sie werden dir gute Dienste erweisen. Leute, wir wollen kein Krause, äh, Crazy Saftling. Wir wollen... ...Krasses Moos. Hm. Du bist im Schlussreichweite ready. Und da oben? Okay. Oh. Ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespaut hat. Ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespaut hat. Nimm das. Die Leiche zielt auf uns. Das ist schlecht. Ich bin bereit. Ich auch. So, wo ist das andere Vögelchen hin? Haben wir das irgendwie schon weggesnatchelt, oder was? Hm, okay. So, hier wird ja wohl ein Feuerchen sein. Da gehen wir auch rein. Ich kann mich plötzlich nicht mehr manifestieren. Das ist nicht gut. Irgendein Zauber hindert mich daran. Okay. Das ist komisch. Und das ist auch noch... Das Ding ist auch zu... Okay, vielleicht geht es jetzt hier rum, dass wir das Ding kaputt machen. Okay. Noch etwas? Etwas hält mich noch zurück. Noch etwas? Hier in der Nähe muss wieder ein Geisterschutz sein. Geisterschutzvorrichtungen halten mich fern. Ich kann nicht. Okay, das Ding ist noch mal... Oh nein, Geisterschutz. Wo ist denn der Geisterschutz? Also der eine, den haben wir jetzt hier weg. Und wo ist der zweite? Der Geisterschutz ist wahrscheinlich oben... Oh, jetzt ist hier alles zu. Hm, danke dafür. Okay, das heißt, wir müssen es irgendwie finden. Hm. Achso, bist du Geisterschutz? Nee, ne? Dieses kleine Ding hier. Hm, ich dachte schon. Okay, oder der hängt hier irgendwo. Ah, okay, da ist er ja. Okay, gerne. Ja, wir sind immer vorsichtig. Ganz entspannt. Okay, cool. Dann haben wir jetzt hier Feuerchen. Können hier ein bisschen safen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao. Ciao.